Applaus Geil Einfach ein bisschen Einfach ein bisschen in Frankreich Frisieren, im Schrank Ein bisschen schauen Dort ein bisschen Schau mal, du denkst du eine schöne Oh Dorthin Ah, ja Finde nicht schlecht aus, gell? Nein Ja Ah, gut Du bist nicht schlecht Boah, du bist doch die Nächste Nein, genau 90, 60, 90 Ja, ja, aber der andere Schei ist ein Hau Ja Ja gut, ja Dabei geht mir fast ein bisschen ins Gegenteil So ins Gegenteil? Ja, ich finde jetzt die ist ein bisschen Also die hat für mich wie vor wie eine Hundehütte So wie eine Hundehütte? Jeden mitgegen, ich mach den Ja 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 Nein 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 Nein, nein Aber jetzt habe ich sie Ein Fahrwerk wie eine Tore. Heimatland. Schaut jetzt, jetzt drehen sie sich noch. Aber ja, schau jetzt. Aber jetzt drehen sie langsam gegen uns. Ja. Scheisse, dann könnten unsere Mutter sein. Hallo, kennen Sie das auch? Sie fühlen sich total übergewichtig. Es kam mit dem Faulig und sie schämen sich sogar nach draußen zu gehen. Das muss nicht sein, denn jetzt kommt die Lösung. Anabolika. Wow, was für ein Körper. Trainieren Sie jetzt nur ein Mann täglich und dazu ein Glas Anabolika. Und die vor drei Tagen werden Sie zum Tier. Wow, das ist ja Wahnsinn. Kaufen Sie jetzt Anabolika. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.anabolika.ch Hallo, kennen Sie das auch? Sie haben viel zu viele Kassen auf Ihrem Atel. Und vor lauter gespeicherten Nummern haben Sie total den Überblick verloren. Das muss nicht sein, denn jetzt kommt die Lösung. Die neue Büchse-Tel-Generation garantiert Ihnen den günstigsten Tarif. Egal wann, egal wo, egal mit wem. Sie hat nur eine Verbindung, keine Kasten. Und wenn Sie jetzt anrufen, gibt es diese Büchse-Kartistanzung. Das ist der Anantrieb von der Büchse-Generation. Ohne Technik für Frauen verständlich. Wer ist die Welt? Das ist der Anantrieb von der Büchse-Geräusche. Das ist der Anantrieb von der Büchse-Geräusche. Das sind die Einheit von der Büchse-Geräusche. Die Küchse-Geräusche. Das ist der Anantrieb von der Büchse-Hinbüchse. Wir machen Sie doch ein bisschen mehr. Ja, nein, 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 wir wollen mal ein Wasser in Theater auf die Oma. Ohhhhh, ohhhhh. DEDDAAAAAAA! Haaaaaaaaa! Hup! Hup, hup, hup! Hup, hup, hup! Hup, 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 hup! Hup, 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 hup! Hup, 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 hup! Was fasziniert ihr, wenn wir alle fahrtun?